So, jetzt willkommen zu einer weiteren Runde Chipmunk-Lol nach Monat mal wieder. Mit dabei, der Hingado. Hallo. Der Lucky. Moin. Der Hendrik. Na abends. Und der Bio. Moin. Ja, alle Leute, die bisher noch nicht in Ordner waren, außer Hingado. Ähm, ja, ich sag mal, Freundeskreis. Dass du sowas hast. Das ist echt süß. Nicht wahr? Ladet ihr mich zu eurem Geburtstag ein? Moin. Eventuell zur Glühweinparty demnächst. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich den Skin-Spiel. Und ich muss sagen, ich wusste gar nicht, dass sie ein Schokoladenschild hat. Also das Skin. Foto von deinem Skin, das musst du jetzt mal meinen angucken. Guck ihn dir an, Alter. Ich find den jetzt nicht so geil. Ja, aber ich bin siegreich. Du bist Gold. Das sagt dieser Skin aus. Ich find auch heftig, dass es für was Höheres als Gold keine spezielle Belohnung gibt. Also, soweit ich weiß, ist ja schon der Großteil aller Spieler in Bronze und Silber. Da ist Gold schon ein Achievement. Also, sowas wie Diamant-Mailfight. Wär doch lustig. Ja, ich kann's cool, muss ich sagen. So, ich hab Top-Learn-Wash-R. Mit Heal und Ignite. Das heißt, er ist das ultimative Gang-Opfer. Hast du vor, ein paar Hits zu treffen, hier, Henrik? Nee, ich glaub nicht. Hast du andere Spielzwerber zu hitmen? Ich bin noch ganz unsicher. Ich weiß noch nicht, ob ich auf ein E-Skill her oder nicht. Nein, ich hab bis Level 6 gar nichts können. Butz! Übrigens entstand die Butz-Keule mit Poppy. In irgendeinem Troisal-Meter hab ich mal Poppy-Jungie gespielt. Dann die ganze Zeit Butz-Keule gebrüllt. Okay, die zieht ordentlich Damage. What the fuck? Ja, total überfordert hier. Ultra entspannt hier. Oh, schade. Da hin kommt der. Ja, die hat Diana-Jungle. Diana-Jungle. Kappa. Oh. Soll ich nach Top kommen? Ähm, ja, ja, ja. Ich glaub, jetzt hat sie mich gesehen. Ich bin da. Okay. Ich verpasse das auf den Fall. Aber er hat... Ah, oh nein. Hoppala. Da kam sie wieder. Hoppala. Egal. Alter, geh weg, Katar. Ah, Autodex. Egal, ich zieh den oben hier ab. In der Po. Das ist ein Championship-Skin hier? Ja, Trash? Ja, klar. Warum? Oh, ich will zum ersten Mal graben, ja. Willst du mich verarschen? Immer wenn ich Trash spiele, spiele ich nur den schon seit einer Ewigkeit. Du hast dich daran gewöhnt, dass ich den spiele und hast nicht gedacht, dass ich jemals irgendeinen Skin habe. Ich kauf mir nie Skins, aber da ich Trash maine, hab ich mir den letztes Jahr schon zugelegt. Ich bin extra die ganze Wache nach... Wach geblieben. Die ganze Wache bin ich nach Wach geblieben, ja. Ey, du glaubst mir nicht, aber es war so. Ja, es ist halt... Ja, und jetzt wurde kam er sogar noch mal wieder dieses Season. Da war ich echt ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, ich bin was Besonderes. Wenn ich den Asriel-Skin hier gegipst bekommen habe, denke ich wohl, dass ich was ganz Besonderes bin. Habe ich jeden Asriel-Skin. Jetzt komme ich mal Mitte. Nice. Oh, nice, perfekt. Und auf Cutter. Ich bin voll falsch gerade. Mein Ding. Der hat aber wohl... Oh, der ist ein Assist. Nice. Aber noch nie. Ah, nee, noch nie. Jetzt habe ich Ulti. Die macht bestimmt gleich Geister. Ich flash da rüber an. Bereit. Okay. Geh da unten hin. Ich flash da gleich rüber. Dieser Sion. So Lebensgürtel. Verdammt, sie ist schon völlig. Aber der hat nur Ekelheit. Das könnte weh tun. Aber Poppy ist schon ziemlich übel. Ziemlich übel schlecht oder ziemlich übel OP? Ziemlich übel OP. Geil. Bait. Der Cutter kommt. Pass auf, Cutter kommt. Renn, der 1, 2, 1, 2, 1. Rennen. Oh Gott. Oh mein Gott. Warum ist der jetzt Level 6? Alter, ist das dein Ernst? Kann man die Cutter abfangen? Alter, ich war hier sogar im Try-Hard-Mode und der bumst mich einfach weg. Get wrecked. Gott, ey. Das ist schlimm. Schlimm ist das hier. Aber alleine dieses Geräusch der Ulti verbessert League of Legends als Spiel schon so dermaßen. Ich gehöre den Gong und ich wechsle sofort mit meiner Kamera nach oben. Egal, was hier unten passiert. Vor allem voll übertrieben in der Situation. Also er hätte mich sonst nicht bekommen, aber... Verdammt. Warum hat er denn noch hier und Ignite? Ich hab nichts gegen ihn. Ja? Der Affe, ey. Alter. Da. Wo bleibt er? Ich will ihn töten. Da ist er. Ja, mach dich aus dem Staub. Ich brauch noch einen Minion. Ich komm, gut. Nein! Ich spiel jetzt mega aggressiv. Das ist mir scheißegal. Max, soll ich dir zeigen, wie man siegreich gankt? Nee, brauchst du nicht. Doch, doch. Nee, nee. Nein! So cool! Jana kommt auch nach oben. Jana kommt! Weg! Auf, was kommt! Nein, du... Ja, okay! Kappa! Kappa! Ah! Ich hab ihn! Alles! Okay, ich hab von den Krips, damit ich sie sehen kann. Wir sind am Arsch. Tschüss! 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 Du bist gestorben. Du bist voll der Nub. War nicht siegreich. Leute, krieg ich noch. Komm, drehen wir ein bisschen um mit Disperspekt. Kondensen! Das ist ein Deppelböck. Kein Eier. Oh Gott, die Stimme passt ja immer gar nicht zu Poppy. Nee, ganz und gar nicht. Ach du Scheiße! Ich brauche jetzt etwas, was Damage machen kann. Das ist jetzt unsere Lane, die langweiligste, würde ich sagen. Die wird aber jetzt interessant, wenn wir jetzt gleich weggeschossen. Ja, es ist mir ein Thrash, das ist halt mega gut. Holst du gleich mal Blubuff ab? Ja. Das kann man vergessen. Ich hab dich fallen, Herr Merkner. Okay, danke. Nicht du. Äh, Kata kommt gleich fort. Wenn ihr Loller seid, dann rennt. Läuft. Noch schneller. Da ist sie, da ist sie. In dem Moment Loll. Gute Ansage. Danke. Alles Diamond Calls hier. Oh Gott. Die Ulti. Der kann nix, der Dicke. Komm ran, Junge. Da, sein komplettes Schild hau ich weg, ey. Oh, der Kassix nähert sich. Der Kassix nähert sich. Ja, komm gleich auf. Wat? Ulti! Wat? Schnell! Oh Mann! Ignite! Heal! Ulti! Äh... Ich komm nicht gut. Einfach alles. Ich hau den so kaputt, den Jungen, ey. Wann haben wir hier gewordet? Ne, ich glaub nicht. Ich hatte grad einen Krampf im Hals. Easy! Alter. Oh, ich hau den jetzt so kaputt, den Jungen, ey. Ich hau den so kaputt. Doch! Lacki! Ja, das war Lacki, Loll. Alter, Lacki. Alter. Das war tot, tot. Oh Mann, ich hau den so weg, den Jungen. Da ist der Jungler. Ich weiß. Ich mein. Ja, ich mein. Alter, der wird so leiden. Aber ein Zucker-Gang. Absolut. Ja, danke. Und das schon warum sich hier... Ich muss sagen, dass der... ...dass Kio ganz gut war. Auf Luschen. Hab ich nicht so falsch getroffen? Äh... Ich hau den so weg, den Jungen. Ich meinte, dass er... ...trash-gü. Ich muss den so vernichten, ey. Wow! Wow! Jetzt kauft der auch noch Rüstung, ey. Denkt der wär was Besseres? Aber wir sind hier unten was Besseres. Oh mein Gott, da kommt ja. Oh, oh, gerade da kommt. Gerade da kommt. Christiana. Äh... Na, war nicht ja. Kratzen noch unten, weh? Doch nicht mehr. So, ich zimmert's richtig. Er schellt die Keule. Oh, ich hab's nicht mehr. Oh. Max ist ja immer hallo Topline, ne? Hat zwar keine Ulti, aber so ein cooles Nerf, den ich dann missen kann. Okay, cool. Ja, ich hab bald aber Ulti. Ist cool. Oh. Du bist echt ein Profi, Alter. Du bist ein Profi, ey. Erst den Ausschlag und dann danebenhauen. Er muss den Tower verlassen. Jetzt kann Carlos Fiddle... Oh, guck mal. Er rennt weg. Hat einen Noob. Was kam jetzt hier zum Ping rein? Will er Adikiri nahmen, oder was? Nein, nein. Was hast du gemacht? Oh, schweiterum. Mein Rüstung ist aber drei Jahre hergeflucht. Wie? Und dann auch der Ausschlag von Morgana. Der so riecht es gleich. Oh, wie geil. Aber erst mal, ich bin Profi, ne? SS. Okay, ich outfarm ihn easy. Oh, hier ist Kata. Ja, äh. Ich bin weg. Okay, find ab. Äh. Äh. Easy. So, ich bin weg. Oh Gott, da ist Diana. I'm out of here. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alter, Vater. Murugwalla. So, go ich. Dat hier. Immediately. Alter, ich werd die so töten, ey. Botlane. Oh nee, doch nicht. Obwohl gank wir jetzt einfach nur Zucker. Ja, ich gank Botlane. Nice. Halt. Den hab ich. Boah, Alter, ernsthaft? Gold ist Blubuff. Ähm, noin. Oh mein Gott. Nein, ich geb nicht ihm den Kill. Ah. Okay, wir müssen jetzt Drake machen. Das war's nicht Warf für den Tower. Ja, wir haben kein Zweiten. Das haben du, also mach mal weiter. Äh. Oh oh. Das ist nicht schlimm. Der ist ja ein bisschen am Top. Kannst du hucken, ne? Komm auch, aber... Cutter, 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 Cutter. Cutter, Fokuss, Cutter, so mach den Peter. Geil. Ah. Peter. War gar keiner. Okay, jetzt hab ich. Was ist mit Dragon passiert? Der lebt noch. Lebt noch. Oh, du hast getroffen. Du wolltest nur, dass ich rein Suizide. Überrasch doch. Oh, Alec, Alec. Ich hab eins, vier. Pütze, mehr hab ich nicht. Kommst du mir, ich geb dir Schild. Äh, das ist ein Cutter, glaube ich. Verstand. Ich hab vergessen. Oh, mein Gott, oh, mein Gott, oh, mein Gott, oh, mein Gott. Boah. War der da gerade ne Luschen-Ulti? Ja. Lol. Ach, getan. Lol. Oh. Oh, mein Gott. Das ist doch den Dragon attacken. Oh, er greift an. Fass. Hihi. Kämpfer mal jetzt zum Teil. Jolo Hoffmann ist kein Wort. Wenn doch, bin ich am Arsch. Sion, wie denkst du, wär's cool? Bist du nicht. Krieg ich beide sie? Nein, wir kennen sie. Oh, mein Gott. Diese Place. Okay. Okay, ich mach Schaden. Ich mach Schaden. Okay, fuck. Boots, schön mit dem Lolli eins rüberziehen, Junge. Fuck, ich mach ein bisschen Gott. Junge. Ey, Mann, der muss jetzt richtig hören. Oh, lol. Ich bin in dem Moment hinter ihn gelaufen. Er rennt gegen sein eigenes Tor, ey. Oh, Gott, was ist ein Luke. Der zerbäscht mich. Oh, ja, ja, ja. Hallo, Thrash. Alter, da macht ihr hier. Alter, geht doch weg, ihr Rollenboos. Bleib stehen, Junge. Ja, 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 ja. Alter, richtig abgerippt. Geile Nummer, ey. Ja, brauchst du gar nicht so schreien, du Arsch, ey. So. Junge, 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 ey. Alter, ich mach die mit QW Half-Life. Geil, 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 Turret, Turret, ich hab Trinity da durch. Oder kommt Thrash zurück von der Top-Lane. Rest in Peace, Katharina auf Doom. Mal kurz zu stop again. Da kommt Jana. Hallo. Pass auf, du bist alleine. Ja, hallo. Don't worry. Be happy. Diese Harmonie. Ey, ich glaub, die wollen. Na? Kann das sein, aber. Oh, ich bin total falsch am Evolving. Sie und Miss. Können wir mit rein, gerne? Los, das ist unten. Boots, 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 boots. Boots, 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 boots. Hilfe, Hilfe, oh nein, bitte nicht. Rein, da wieder, rein, da wieder. Boots, 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 boots. Okay. Boots, 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 boots. Und mich hat das gelohnt. Boots, 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 boots. Quasi. Boots, 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 boots. Daneben? Boots, zwei Schläge. Oh, the Heathenhammer, hi. Der Junge ist sogar kein Problem für meine krasse, krasse. Ja, nimm dies, du Hund. Du Heal, Ignite, Sion. Warte, Heal und Ignite, Alter. Boah, Alter, geh doch nach Hause. Komm schon. Wow. Oh, laufen. Nein, 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 nein. Warum kommt denn die Botlane immer hoch, Alter? Was ist das denn? Ich knall die, was, ich knall die immer trotzdem weg. Die werden richtig zerschellt an mir, ey. Alter, ey. Diese Dudes. Oh, Thresh in der Mitte, das wird hier immer besser. Oh, Lucien. Ich will nur zu meinem Blue-Up, Justin, lass mich mal, bitte. Oh. Ich bin weg, ne? Er ist so gut, ich hab doch alles in der Kontrolle. Ach ja. Ich komm mal in der Mitte. Schön geatzt mit dem Lolli. Es ist Lolli-Time. Oh, das ist ein Wort. Wer macht denn sowas? Huck! Oh, Loll! Ähm. Ich wollte jetzt dicke Blaze auspacken. Ja. Cool. Max ist wieder nicht drohen, ne? Aber die Wave, ne? Die läuft mir langsam zu. Kannst du mir ja hin. Oh. Oh, da sind sie. Äh, nice try. Gibt es das bekommen? Ball. 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 Alter, der Schaden. Da kommt noch mehr, ne? Aber ich knall die richtig weg, ey. Okay, ich komm langsam zum Drag. Aber ganz langsam. Okay, langsam müsst ihr da rein. So, ganz langsam. Ich hab keine. Ich hab keine Ulf. Ihr habt keine Morgana. Okay, ich knall den Lucien. Lucien! Einfach Drag machen, oder? Lauf du, Affe! Ja, ja, komm her, Junge. Ach, komm. Ich bin so für die Kuh, ich kann keine Kuh machen. Loll. Loll hat das... Loll! Lallalalalalalalalalala Poppy ist in there. Ja, jetzt outbreak. Kein Bronx ist mal, kein Bronx ist mal, kein Bronx ist mal, kein Bronx ist mal. Bäh! Teleport, 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 teleport! Oh, ich wollt ihn doch. Nein! Komm. Nein. Ja. Ja! Was war das denn, hat er gesnipet oder was? Okay, easy. Gut, 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 gut. So, machen wir weiter. Hat er einfach nochmal weggeknallt, Alter. Schön. Und wie spät sich der Skin? Siegreich. Sieht man ja wohl, ne? Warte mehr, du hast eine gute Gameplay, ich kauf einfach nach. Alles, wenn ich verlieren, ist es seine Schuld. Sonja, das brauch ich nicht als Morgana, ne? Max hat auch kein Red Buffer, brauche ich auch. Wer, Yalla? Es ist Cutter. Ähm, es ist Cutter. Der Fresh ist da. Der Weihnachtsmaster. Okay, komm. Oh, ist die Cutter hier drin? Yolo. Ne. Ne, nicht getroffen. Magst du, bist am Arsch. Ne, ne. Okay, nevermind. Ist OP. Okay. Huck doch lieber. Ne, ich darf nicht von hinten kommen, was ich da feststehe. Scheiße. Oh, das wär so gut gewesen. Oh Gott. Oh Gott. Okay, ich mach ganz Niki, ganz Niki. Nein, nein, nein. Oh, Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Noi. Okay, rein. Nein, rein, rein, rein. Oh. Oh yeah, oh, 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 uh, oh, oh. Baloo. Bettner 6. Wow. Ne, ne. Magst du dich immer noch dancen? Machst du Schelle, willst du Schelle. Da flasht er weg, der Junge. Fixe easy. Lol, lol. Lol. Wow. Oh! Kloppe! Richtig verhauen! Heilt da die Poppe, ey! Ch-ch-ch-chippe und Shep! Ritter ist recht! Ch-ch-ch-chippe und Shep! Den Bösen geht es schlecht! Sie lösen jeden Fall, was sie auch tun! Das Böse hat nie Zeit, sich auszuruhen! Ch-ch-ch-chippe und Shep! Easy, easy, easy! Catch! Sicht! Oh, wenig Schaden! Sehr wenig Schaden, Alter! Hast du das gesehen? Nö! Oh mein Gott, oh mein Gott! Ich weg, jetzt weg, jetzt weg! Oh! Das war eine Frechheit! Das war eine Frechheit! Mit R? Ja, also er war schon an meiner Lentern dran, war unterwegs am Fliegen und wurde dann nochmal vom anderen Haken geguckt! Das war schon dreist! Und eine Cutter stirbt jetzt! Die wissen, dass ich hier bin! Haken! Poppe, to strong! Jonathan Bösen Na, dann Investig es يوم! Tschau! Heh 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 Schellen muss es regnen! Ja! Bopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopoluuu! Oeaihoh! Oeaihoh! Baloo! Oeaihoh! 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 Nein, oh euroh! Sie fliegen um zu fliegen, sie sind Siegabin, sie fliegen. Ah, ah, ah! Irgendwie so. Ja, ich geh jetzt rein. Oh, nice. Ich geh nicht rein. Oh Gott. Boah, der Damage. Oh, ich hab so viel Schaden bekommen. Ja, das hast du mit Absicht um deine passive Fütze zu aktivieren. So ist es. Hier mal Toplane, Split pushen. Bop, bop, bop. Baloo. Also die Q bei der Morgana sieht schon echt nicht schlecht aus, und auch die Fütze. Die Fütze ist einfach so ein blauer Klecks, aber die Q sieht echt cool aus. Ja. Die Fütze hat so was Spaceiges. Auch die Textur, die da hoch sind. Ja, die Textur sind nicht schlecht. Die Q sieht aber noch schöner aus, wenn sie trifft. Wie viele sind da? 1, 2, 1, 2, 3. Oh, eine Diana. Oh, nice. Nice, was ist das? Handy weg, Handy weg. Handy weg, Handy weg. Handy weg. Ich hab weggeschmissen. Ich hab weggeschmissen. Ich hab jetzt einen neuen Sound von der Sion, Ulti. Wenn er sich langsam nähert. Meine Creeps. Denk mal nicht dran. Denk nicht mal dran. Ah, da hab ich mich übernommen. Oh, neuer Sound. Sion kommt. Nähert sich Sion. Oh, jetzt irgendwas tankig wird. Oh, Leute. Ähm. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Am Auto hier. Nice. Oh, links ist da. Blue und Dragon. Er ist Blue. Ehm. 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 Freunde sein. Wie ich und du. Balloon und seine Kuh. Ja, meine ganze Kindheit lang sicher, dass es die Balloon und seine Kuh ist. Immer noch sicher. Das ist das. Das wäre Quatsch. Aber. Was ist wenn du einen im Frachtraum hast? Ne, cool. Im Flieger. Klingt scheiße, Hendrik. Irgendwie müssen wir auch reisen. Oh Gott. Mir war gut. Auch sehr schön. Willst du noch einen, Junge? Komm, du kriegst noch einen. Komm her. Komm her, Junge. Komm, du willst es doch auch. Nein! Was war das denn? Ich hab Kuh gemacht. Hä, der ist auf Diana auf einmal gegangen. Ich bin reingedashed, dann ist er auf Diana gegangen. Muss man dann. Hä? Warum geht der denn auf Diana? Ich hab nicht mal auf Diana geklickt. Oh, scheiße, ihr. Fix mal Poppy, ey. Rito. Oh. Äh, hallo? Hi. Moin. Na? Wollen wir dir was nennen, oder? Jeden. Weiß ich nicht. Oh, oh. Ah, das steht. Den da. Den da. Oh. Ich finde, bei dem neuen Kuh sieht man nicht so gut, ob man trifft. Oder nicht. Öh, weg, weg. Jetzt beim Licht. Jetzt, jetzt. Alter, wieder los den Downbürsten. Stopp. Machst du mir direkt auf den Downbürsten ein. Hilfe, Katta, Hilfe. Hahaha. Oh. Oh, hey, ja, Kalu. Oh, 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 oh. Loil, loil. Oh Gott. Hilfe. Oh Gott. Okay. Okay. We are the Coo. Okay. Okay, das ist cool solange wir wild sind. Oh, oh. War close, war. War eventuell ganz close. Das war die Branche prediction. Ah, ohne Coo wieder. Warum macht der die Coo nach dem E? Hat die irgendwie sich am Lolli verschluckt oder irgendwie kacke Geschmack erwischt? Ist doch wahr. Loil, ganz groß, Lucky. Dankeschön. Und Hydra hat er auch nicht gemacht. Ich hab das alles gedrückt. Ja. Kann das nicht schnell genug verarbeiten, das Programm. Händ auf Platz zu schnell. Geh noch viel vor weg, oh mein Gott, geh noch viel vor weg. Ach nee. Oh, Cion kommt. Ah, der kommt wirklich. Ja, hab ich so satt. Hä? Ich ging voll durch mir durch. Was ist denn mit diesem Spiel los? So, Leute. Ich hab gehört, wir zerbashen jetzt. Hook me, if you can. Hook me, if you can. Not you. Disrespect. Oh ja, los. Ah, Knoppe. Alter, den krieg ich. Ist nicht viel Damage. Ich carry den Fight nicht. Nö. Ich krieg keinen Kill. Nö. Okay, ich tank, ich tank, ich tank. Nö. Wollen wir jetzt hier gnadenlos, Leute. Gnadenlos. Siegreich. Siegreich, so ist es. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das war knapp. Und das war eine weitere Runde Chipmunkloy. Schreibt mal, ob ihr das wieder haben wollt. Es kamen Monate nicht. Tschüss. Ah, auf, oh.